Die Pfütze Die gemeine Regenpfütze enthält zumindest die Menge einer umgedrehten, angefüllten Mütze Wasser und zumeist ein bisschen Schlick und entlässt, so ihr Geschick, nach dem Scheitelpunkt des Werdens als spezielles Sein ihr Wasser in eine andere Form hinein. Der Dunst gipfelt dann zumeist in einer Wolke. Bemerkt wurde das von jemand aus dem Dichtervolke. Es galt und gilt auch weiterhin, so steht es in des Künstlers hin, dass sowohl in Pfütz und Wolk lebt Kröten und auch Engelsvolk. Dass der Kontakt dazwischen, erfüllt von Blitzen und auch Zischen, nicht immer froh und glücklich macht, sei vom Menschen stets bedacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020